Sie sehen, wir bevorzugen Lösungsmechanismen, die sicherlich wichtige Einzelaspekte nicht isoliert, sondern im Gesamtenzusammenhang betrachten. Das wäre ein Applaus für mich. Deshalb ist mir auch wichtig, kurz genauer zu beleuchten. Ja, das muss man schon mal sagen. Also, Herr Kollege Lereder, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es weder verfassungsrechtlich noch nach unserer Geschäftsordnung Anspruch auf Beifall während der Reden gibt. Dass auf Ihrer Aufforderung jetzt scheinbar spontan dieser Beifall erfolgt, ist eine bemerkenswerte Großzügigkeit der Kolleginnen und Kollegen, die ich ausdrücklich im Protokoll vermerken möchte. Ich weiß, Herr Präsident. Herr Präsident, Sie dürfen versichert sein, dass ich unterwürfig und ehrbietig diese großzügige Gäste des Plenums auch zu würdigen weiß.